Kann man sich das eigentlich noch leisten? Sowohl Aldi Nord als auch Süd bieten ab dem 26. August mit dem Eraser Hunter X20 einen Monster Gaming PC an. Monster Gaming PC nicht nur wegen der verbauten Komponenten, sondern auch wegen des Preises. Rund 3.700 Euro ruft Aldi für den Eraser Hunter X20 auf. Werfen wir kurz einen Blick auf die Komponenten, die diesen Preis rechtfertigen sollen. Im Kern werkelt ein Intel Core i9 11900KF und damit das absolute Flaggschiff von Intel ohne integrierte GPU. Für ausreichend Grafikpower sorgt dafür eine GeForce RTX 3090. Hersteller ist hier Zotac. Verbaut ist das alles auf einem MPG Z94 Gaming Edge Wi-Fi Mainboard von MSI. Für ausreichend Speicherplatz wiederum sorgt die 2TB große M.2 SSD. Begleitet wird diese von einer ebenfalls 2TB großen HDD. Wünschenswert wäre hier vielleicht gewesen, dass die HDD ein bisschen größer ist. Windows 10 ist in der Home Edition vorinstalliert. Bei den Anschlussmöglichkeiten braucht sich die Hardware ebenfalls nicht verstecken. Ausreichend USB-Anschlüsse und dergleichen sind auf diesem Mainboard vorhanden. Ebenfalls nicht verstecken muss sich der auf dem Mainboard verbaute HyperX Fury RAM von Kingston in Form von 2x16, also 32GB DDR4 RAM. Für ausreichend Kühlung bei dieser CPU sorgt Alpha Cools All-in-One Wasserkühlung vom Typ Eisbär 240 mit zwei 120mm Lüftern. Wie man sich denken kann, braucht diese Hardware natürlich auch eine ausreichende Stromversorgung. Diese wiederum wird von einem Seasonic Focus GX57 Netzteil geliefert, welches nach 80 Plus Gold zertifiziert ist. Wie bei Medion üblich stecken die ganzen Komponenten in einem In-Win-Gehäuse vom Typ 101, welches angepasst wurde. Wo kann man das gute Stück nun kaufen? Rein online über die Online-Shops von Aldi Nord und Süd, besser bekannt auch als Aldi Liefert. Ab dem 26. August steht die Monsterkiste dort zur Verfügung, ab 8 Uhr. Vorausgesetzt, der Shop läuft stabil. In der Vergangenheit haben wir es ja schon öfter erlebt, dass dem nicht so war. Zum Verkaufsstart sind dann nach wenigen Minuten alle Geräte weg. Vorausgesetzt, die Website lässt sich überhaupt stabil bedienen. In diesem Fall bezweifle ich das Ganze aber etwas, einfach aufgrund des, zumindest für mein Gefühl, exzessiven Preises. Apropos Preis. Ist der stimmig? Sehen wir uns die Komponenten wie üblich nun im Einzelnen an. Den Core i9 11900KF bekommen wir aktuell für rund 550 Euro. Die Preise für eine RTX 3090 sind zwar schwankend mit 2200 Euro. Wahnsinn, 2200 Euro für eine Grafikkarte. Aber okay, ja, 2200 Euro werden hier aufgerufen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Über 50% des Kaufpreises würden hier allein von der Grafikkarte vereinnahmt. Das MPG Z94 Gaming Edge WiFi Mainboard von MSI kriegen wir für rund 180 Euro. Bei der SSD und HDD ist mir der Hersteller nicht bekannt. Daher setze ich einfach mal für die SSD rund 250 Euro an. Und bei der HDD begnüge ich mich mit rund 100 Euro. Windows 10 in der Home Edition erhalten wir aktuell für ca. 90 Euro. Beim RAM von Kingston packe ich ungefähr 150 Euro in die Waagschale. Die Eisbärkühlung von Alphacool würde für etwa 100 Euro momentan über den Tresen gehen. Ebenso das Netzteil von Seasonic und das Gehäuse von Inven. Also auch hier nochmal zweimal rund 100 Euro auf die Rechnung obendrauf. Wir addieren das mal kurz zusammen und in Summe inklusive Falschrechnen komme ich somit auf 3.820 Euro im Eigenkauf der Teile. Und dann haben wir die einfach hier und der PC ist aber noch nicht zusammengebaut. Also ohne Zusammenbau und all den anderen Faktoren die beim Kauf des Komplettsystems eigentlich noch addiert werden müssten. Somit wäre der Eraser Hunter X20 tatsächlich ein Schnäppchen, wenn man in diesen Preisregionen zumindest noch von Schnäppchen sprechen kann. Was denkt ihr? Lohnt sich die Kiste? Mein Messergarter